Hi, mein Name ist Stefan Dörr, CEO und Mitgründer von Node Robotics. Unser Ziel bei Node ist es, mobile Roboter nicht nur für Großkonzerne, sondern für alle Unternehmen zugänglich zu machen. Dazu setzen wir auf innovative Softwarelösungen, um die Einsetzbarkeit der Roboter zu erleichtern. Konkret entwickeln wir mit Node OS eine Autonomieplattform für mobile Roboter, mit welcher unsere Kunden verschiedene Roboteranwendungen entwickeln. Node OS liefert hierfür die Grundbausteine und eine offene Entwicklungsumgebung. Mittels Technologien aus den Bereichen autonomen Fahren, Cloud Robotics und KI erhalten die Roboter so die Fähigkeiten, sich zu lokalisieren, Hindernissen auszuweichen und Aufträge effizient auszuführen. Wir ermöglichen hierzu nicht nur die Autonomie einzelner Roboter, sondern auch ganzer Roboterflotten. Dabei sehen wir KI zwar nicht als Selbstzweck, sondern wir investieren sehr zielgerichtet in KI-Entwicklungen, welche direkt ein Kundenproblem lösen. Von Startups bis hin zu großen Automobilherstellern schätzen alle unsere flexible, benutzerfreundliche und zuverlässige Software und unseren Beitrag Roboter-Instagramm, schneller und effizienter umzusetzen. Mit mehr als 1000 mobilen Robotern, welche bereits heute unsere Software nutzen, sehen wir uns auf dem richtigen Weg, Robotiklösungen für eine breite Masse an Unternehmen zugänglich zu machen. In diesem Jahr starten wir mit unserer nächsten Finanzierungsrunde, mit welcher wir dann Anfang nächsten Jahres die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens einläuten werden.